Wenn der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin nicht mehr reagiert, dann macht das meistens etwas mit uns. Ein Nicht-Reagieren löst etwas in uns aus. Und das ist das Erste, was du im Fokus haben musst, bevor genau das, was es in dir auslöst, extreme Fehler verursacht. Denn Nicht-Reagieren heißt, ich verliere dich. Nicht-Reagieren heißt, ich werde einsam sein. Nicht-Reagieren heißt, ich bin dem ausgesetzt, dass ich dich überhaupt nicht mehr haben kann und vielleicht sogar verloren habe. Und wenn mit diesen Erfahrungen, vielleicht auch weiteren, in deiner Vergangenheit Muster entstanden sind, meistens aus der Kindheit, negative Muster, zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Verlust, mit Einsamkeit, dann brechen, weil eben nochmal Verlust und Einsamkeit durch das Nicht-Reagieren verstärkt wird, diese Muster in dir auf. Und werden ganz schnell zum Antrieb in deiner Rückeroberung. Anstatt die Dinge zu tun, die jetzt richtig sind, wirklich Fokus auf dich zu haben, Unabhängigkeit zu wahren und nicht Anziehung zu zerstören, weil du aus diesen Mustern heraus hinterher rennst. Deswegen schau dir jetzt in diesem Video die nächsten folgenden ganz wichtigen Tipps an, die du in so einer Situation beachten musst, damit die Anziehung im Rückeroberungsprozess nicht gemindert wird, du dich gleichzeitig zufriedener und glücklicher trotz dieser Situation fühlen kannst und in einen inneren emotionalen Zustand kommst, bei dem du glücklich, erfüllt und zufrieden sein kannst, was die wichtigste Grundvoraussetzung für den gesamten Rückeroberungsprozess ist. Wenn der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin nicht reagiert, ist der erste große Punkt, dass du erstmal herausfindest, was das in dir auslöst, damit deine Reaktion auf das Nicht-Reagieren nicht mehr aus deiner Angst getrieben ist, weil dort passieren unglaublich viele Fehler. Es ist Abweisung, es ist Nicht-Geliebt-Werden und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Referenzerfahrung, die du jetzt machst, gebunden ist an eine Erfahrung, die du weit in der Vergangenheit schon mal gemacht hast. Mit Verlust, Nicht-Geliebt-Werden, Abweisung, was auch immer. Und wenn diese Erfahrung besonders negativ war, bricht dieses Muster jetzt aus. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist das Schaffen einer neuen Erfahrung in dieser Situation. Beispielsweise, der Ex, der Ex reagiert nicht und es löst starke Angst vor Einsamkeit in dir aus. Dann geh in diese Einsamkeit und lerne in der Einsamkeit wirklich glücklich zu sein, zufrieden zu sein und schaffe dadurch ein neues Referenzmuster, das dein Unterbewusstsein speichern kann. An diesem Beispiel, es passiert gerade Einsamkeit, trotzdem geht es mir gut und ich bin glücklich. Es gibt also überhaupt keinen Grund, Angst vor Einsamkeit zu haben. Dann wird automatisch die Angst vor Einsamkeit nachlassen, je nachdem, wie du dich jetzt als Reaktion verhältst. Achtest du darauf, glücklich zu sein, zufrieden zu sein oder rennst du hinterher und siehst nur den Ex, die Ex als Lösung. Sobald du das tust, lässt diese Angst nach und erreichst einen ganz wichtigen Grundzustand für den gesamten Rückeroberungsprozess in dieser Situation. Also Punkt 1, identifiziere, was verbindet oder was verbirgt sich hinter deinem emotionalen Zustand als Reaktion darauf, dass der Ex nicht mehr reagiert. Was ist das für ein Thema? Und lern dich zu lieben, schaffe eine neue Referenzerfahrung. Ganz wichtig, auf meinem Hauptkanal findest du ganz viele Anleitungen zum Thema innere Kindheilung, wo ich darauf eingehe, wie du eben genau solche Referenzerfahrungen schaffen kannst und vor allem, wo sie herkommen. Das anschauen, da gehe ich nochmal viel genauer darauf an als in diesem Video. Ein zweiter Punkt, dich zu lieben, dich anzunehmen, in diesen Situationen ist ganz entscheidend. Also diese Liebe auch zu fühlen. Nicht nur zu sagen, okay, ich bin gerade in der Abweisung und in der Angst und das ist halt so und ich versuche mir jetzt glücklich zu fühlen, sondern komm in dieses Gefühl, dass du richtig spürst, du liebst dich selbst. So, das ist ganz wichtig, damit das wachsen kann. Und dann geht es darum, nicht nur dich zu lieben, auch dein Leben zu lieben, zu transformieren. Also damit Kontakt zwischen euch beiden vielleicht wieder werden kann und vor allem mehr werden kann, muss erstmal eine Veränderung passieren. Das ist sinnvoll, dass du jetzt erstmal in eine Transformation gehst, Veränderung schaffst und dann in den Kontakt gehst und genau das auch überträgst, diese Selbstliebe, diese Entwicklung und so weiter, weil dann steigt die Chance, dass aus diesem Kontakt mehr wachsen kann durch deine Weiterentwicklung. Also immer erst in die Weiterentwicklung gehen, dann in den Kontakt gehen. Weiterentwicklung wohin? Weiterentwicklung, in ein Lebensgefühl, das ist das Wichtigste, nicht irgendwas, was du dir im Kopf zusammenbaust, es muss ein emotionaler Zustand sein von Unabhängigkeit, von einer hohen Zufriedenheit auf allen Ebenen deines Lebens und darum geht es eben auch bei Ex zurück, um diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dass du wirklich mit dir ganz ohne den Ex-Partner und die Ex-Partnerin extrem zufrieden bist, dich annehmen kannst, dich akzeptieren kannst. Alles, was er sieht, dir vielleicht an Themen jetzt spiegelt und an Ängsten auslöst, wird durch Erreichen dieses emotionalen Zustands auch geheilt, weil dein Unterbewusstsein macht dadurch eben diese neuen Referenzerfahrungen. Sie reagiert nicht und ich bin gerade in der Einsamkeit, ich bin gerade im Verlust, ich bin gerade im Nichtgeliebtwerden, aber ich bin glücklich und die Ängste verschwinden immer mehr und es kommt das raus, was für die Essenz zwischen euch beiden so wichtig ist, sodass das, was nach der Angst übrig bleibt und das ist das im Herzen sein, glücklich sein, unabhängig sein, in seiner Mitte sein, das ist auch genau das, was dann im Kontakt zwischen euch beiden schwingen wird, was zwischen euch beiden sein wird und das ist das, was eben auch die Chancen viel eher erhöht, dass mehr Anziehung entstehen kann. Diese Dynamik musst du erst mal kennen. Viele zäumen das Pferd von hinten auf, die wollen dann den Ex, die Ex zurück, er siehst die Lösung, dabei ist die Lösung bist du, sobald du in diese Zufriedenheit kommst, kann da viel eher eine Anziehung wachsen. Das Wichtigste, der nächste Punkt ist, dass du temporär, solange eben keine Reaktion kommst, im besten Fall einen reduzierten Kontakt aufbaust, die Impulse gehen nur noch vom Gegenüber aus, den Kontakt nicht unbedingt abbricht und gleichzeitig eben, jetzt weil du eben durch den reduzierten Kontakt diesen ganzen Themen in dir ausgesetzt bist, auch in die Veränderung und in die Transformation gehst. Also in diesem Momentum wirklich dich lernst anzunehmen in dieser sehr starken Trauer, die du durch diese Situation gerade in dir spürst. Also verbinde das. Gehe in einen reduzierten Kontakt, Impulse gehen erst mal eher vom Gegenüber aus, dass du weniger hinterher rennst. Fokussiere dich auf dich. Wenn dein Gegenüber auf dich zukommt, ist das auch erlaubt. Dann lerne in diesem Schmerz, der damit einhergeht, der dieser reduzierte Kontakt eben auslöst und triggert, dich anzunehmen und zu lieben. Heil dadurch deine Themen. Komm in eine höhere Selbstzufriedenheit, in einen höheren Zustand von Glücklichsein, von Unabhängigkeit. Und transformiere und gehe dann auf Basis dieser Veränderung in den Kontakt. Dann sind die Chancen in diesem Kontakt deutlich höher. Also sie können deutlich höher sein. Parallel ist auch ganz wichtig, sich die Ursachen für die Trennung bei euch anzuschauen. Die Ursachen dafür anzuschauen, warum die Anziehung verloren gegangen ist zwischen euch beiden. Auch an diesem Ding zu arbeiten. Aber hier das wichtigste Prinzip. Du musst komplett unabhängig sein vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Was du auch veränderst, du veränderst es niemals, um ihm oder ihr zu gefallen. Alles, was du veränderst, das tust du, um in diese innere Zufriedenheit, in dieses innere Glück zu kommen, in diese Unabhängigkeit zu kommen. Und das ist dein oberstes Ziel. Wenn das dein oberstes Ziel ist und nicht mehr Ex-Zurück, erst dann entwickelt sich echte Selbstliebe. Weil es geht dann auch um dich selbst. Und das ist das, was eben wieder das Fundament überhaupt ist dafür, dass eine Rückeroberung am Ende auch glücken kann. Alles andere zerstört sehr viel Anziehung. Genau. Machen in diesem Zusammenhang auch den Ex-Zurück-Test. Da kann ich dir wirklich individuell nochmal helfen, deine Situation mir anschauen. Das ist so eine Riesenhilfe. Ich kann es dir nur so ans Herz legen. Nicht doppelt machen, weil viele machen den auch doppelt. Das bringt nichts. Immer nur einmal machen. Du findest den hier. Da kannst du draufklicken. Schau dir auch dieses Video an, was immer gilt, wenn der Ex, die Ex nicht mehr reagiert. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.